Hallo Kinder, ich bin der Stinker und heute spielen wir Tibia. Wir sind hier am Lizarddorf und kämpfen gegen Lizards, denn ich versuche mich auf ein voll tausend neues Quest vorzubereiten. Mit dabei ist niemand Deringeres als die Rockkartoffel. Hallo! Oh mein Gott. Du darfst nicht lachen. Wie? Ich darf nicht lachen? Du konntest dir nicht lachen doch gar nicht verkneifen. Das hat man doch in der Anmoderation gemerkt. Wunderbar, wunderbärchen. Ihr seht schon, mein Adjudant, was die Anmoderation begeht. Versucht neue Wege zu gehen. Was war das? Saarländisch, Pfälzisch? Keine Ahnung. Das war Peter Lustig. Ach, das war Peter Lustig. Okay. Na gut, ich kann Peter... Das fasziniert mich ja immer an dir auch und an dem Korrel auch. Ihr habt immer so die Möglichkeiten oder die Ability. Jetzt fängt mir nur das englische Wort ein. Die Ability quasi... Die Fähigkeit. Ah ja, danke. Die Fähigkeit, sich in andere Stimmen hinein zu versetzen. Das finde ich super. Finde ich klasse. Oh ja. Das beneide ich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Das ist auch irgendwie dadurch... Also ich bin jetzt... Ich sage jetzt nicht, dass ich der perfekte Stimmennachahmer bin. Aber irgendwie stehe ich da drauf, wenn die Leute in Traum für Surprise hingehen zum Beispiel und der Spucki einfach die ganze Zeit total behindert spricht. Das hat mich so geprägt in meiner Kindheit, als der Film rauskam und ich habe ihn geguckt und da wollte ich unbedingt so einen Scheiß machen und das habe ich geübt. In deiner Kindheit vor zwei Jahren, wolltest du sagen. Ja. Ich verstehe. Ja, wir sind übrigens doch nicht im Lizarddorf. Ich dachte, wir gehen jetzt ins Lizarddorf. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Also gestern einen Fehler erzählt. Wir gehen, glaube ich, jetzt ein paar DLs hier handen. Also Dragon Lords handen. Deswegen, ich glaube, ich suche hier gerade einen ordentlichen Spawn dazu. Aber gut, ist egal. Ja, wir handen, wie gesagt, immer noch, weil wir Level 100 haben wollen. Nächste Woche um die Zeit werde ich wahrscheinlich noch nicht im Quest sein. Das geht erst um 15 Uhr los. Ich werde es wahrscheinlich aufnehmen mit TibiaCast. Vielleicht auch Stream, weiß ich nicht. Bringt eigentlich keine Punkte beim Stream. Aber ja, da haben wir mehr als genug Zeit zum Dumsabbeln. Und da werden ein paar Folgen mal rauskommen und rumspringen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, ob ich wirklich vorspule, nicht vorspule. Und ja, mal schauen. Wie auch immer, ich habe gestern zum Ende hin, bin ich auf so ein Thema gekommen. Und da wollte ich gerne nochmal anknüpfen, weil ich ja, also ihr wisst ja, der Stinker hat kein Real Life. Und ich habe gestern mal versucht, also ich bin mal rausgegangen, habe geguckt, wie so die frische Luft schnuppert. Und nein, doch, 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 doch. Es ist, es ist vielleicht, oh, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal üben. Nein, doch, oh. Also wir waren gestern so in einem Café und ich habe mich getroffen mit meinen alten Abiturleuten. Also das heißt nicht nur Abiturleuten. Ich hatte ja, oder ja, wir waren damals ja noch irgendwie alle, die wir in der Grundschule gewesen sind, so halbwegs sind dann durchs Abi, durch die Schule generell, durch die ersten zehn Stufen und so weiter. Wie viel sind wir gemeinsam gekommen? Das heißt, ich habe mich da mit einer, mit meiner längsten besten Freundin mal wieder getroffen, inklusive vier anderen Kerlen, die denn so mit dem Laufe der Jahre dazugekommen sind. Und ich muss sagen, ich finde das immer wieder schön. Und ich glaube, heutzutage weiß man gar nicht so richtig, was man in den Langzeitfreunden so richtig hat. Also ich genieße es immer wieder und kann es auch wirklich jedem nur irgendwie mit auf den Weg geben, diese Freundschaften von damals so ein bisschen zu pflegen und zu hegen. Oder ich hoffe zumindest, dass das heutzutage noch möglich ist, weil wir hatten ja gestern auch das Thema, dass sich die Zeiten ändern und dass man auf andere Sachen Wert legt und so weiter. Und ich fand es echt, echt nice. Und man hat jedes Mal, also bei jedem Treff, den man da hat, hat man irgendwelche Storys, und das geht wahrscheinlich jetzt nur mir so, weil ich ein alter Sack bin, hat man irgendwelche Storys, die man dann wieder rausgräbt, die man ausgräbt, die alten Kamellen, die man dann wieder erzählt, manchmal erzählt man sie auch doppelt und dreifach, aber sie sind bei jedem Treffen, ist das immer wieder schön, die zu hören. Und es macht immer wieder Spaß daran zu denken, sich zurückzuändern und so weiter. Und mag sein, dass das jetzt ein bisschen klischeehaft klingt, aber es ist einfach nur geil. Und teilweise habe ich auch, und das ist, ups, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, und das ist auch bei mir kein Wunder, weil ich bin ja auch ein vergesslicher Typ, vergesse eigentlich immer was, und manche Sachen hast du halt schon vergessen. Und da wurde mir gestern zum Beispiel erzählt, dass wir dann zur Jugendweihe, also wir hatten damals, ich habe in so einer Region gewohnt, äh, was habe ich denn da jetzt? Ach stimmt, ja, bei euch heißt es ja Jugendweihe. Jajaja, was heißt bei euch, Konfirmation oder was? Ja. Naja, bei uns gibt es beides. Also es gibt halt, äh, zu dieser Jugendweihe, was quasi für die nicht gläubigen Christen oder Katholiken, keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht gläubigen, gibt es halt die Jugendweihe und für die Gläubigen, die machen halt dann Konfirmation. Ja, wir haben auch, äh, einen Sachsen auch bei uns auf dem TS. Einen Sachsen? Ja. Okay. So ein, so ein Gans, irgendwie, wie viele Jahre sind der, 14, 13? Und er ist letztens zur Jugendweihe gegangen und ich zuerst mal, Watt, bitte, wie? Watt, Alter. Und er hat mir das dann irgendwie erklärt, versucht mir das zu erklären und, ja, das ist, das ist unfair. Wieso ist das unfair eigentlich? Also bei uns war es so, also wir haben, die ländliche Region, die wir hier haben, da sind natürlich oft in Dörfern, die sind auch sehr, sehr religiös alle noch und die meisten Kiddies auf dem Dorf haben halt damals, ähm, auch ihre, ähm, ja, Konfirmation gefeiert. Ist nicht so, dass die alle Jugendweihe hatten. Also ich hatte auch mit meinen, also die, die Leute, die da gestern dabei waren, ich glaube, mit denen hatte ich, warte mal, jetzt muss ich durch, 10, 1, 2 Jungen hatten da Jugendweihe mit mir und halt meine beste Freundin. Ähm, die, die hatte auch mit mir Jugendweihe und, ähm, dann war halt noch ein paar andere Kerle dabei, die hatten Konfirmationen und die hatten halt, oder bei der Konfirmation, Rot-Counter, ähm, war halt, ähm, es grundsätzlich so, dass du mehr Kohle bekommen hast. Das fand ich irgendwie immer unfair. Warum auch immer. Ja. Ja, ja, ja. Fand ich schade. Na jedenfalls, was ich erzählen wollte, ähm, die Story ist ein krass und damals war das bei uns so, ähm, da war, das war so in den 90er Jahren, so heißen, ähm, wie halt war, naja, 15 war das halt. Ne, 15, 14, 15, 16. Ähm, da war das alles noch so mit, 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 mit rechts und links ein bisschen ausgeprägter, ein bisschen krasser und, ähm, wir waren halt auf dem Dorf, waren die Leute sowieso immer ein bisschen krasser, ein bisschen radikaler und, ähm, nicht so, ähm, wohlerzogen ist das halt das falsche Wort für Stadtleute, ähm. Ähm, naja, nicht so zivilisiert, sagen wir mal so. Da gab's noch, ähm, krasse Regeln, da wurden auch selbst geschlachtet und, und so, also Geschichten, ja, und die haben halt ein bisschen, die sind halt ein bisschen robuster auf dem Dorf gewesen. Und, ähm, da waren die Szenen halt ein bisschen besser verteilt. Es gab damals Dörfer, die, das eine Dorf, da wusste man, okay, da leben halt nur die, die, die Linken, die Zecken, etc., pp. Und dann gab's halt noch Dörfer und Regionen, wo du wusstest, okay, da bist du halt, ähm, da bist du halt in einer rechten Szene, in einer rechten Region, wo, 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 wo der Ton halt ein bisschen anders tickt. Und, ähm, das hat sich wirklich sehr ausgeprägt und wir hatten damals in der Schule, damals bei uns in der Schülerspeisung, weiß nicht, wie es heute heißt, äh, Speisesaal, keine Ahnung, ähm, gab's unten drunter einen Keller, den sie damals umfunktioniert hatten für Partys, für, für Discos, ähm, da hatten sie irgendwie ein riesenmonstergroßes Armeenetz über die Decke gehangen und dann halt ein paar Bassboxen reingestellt und ein bisschen, ähm, ähm, in der Stroposkope gedönst, ein bisschen Licht und dann haben sie halt da Musik gefeiert. Und es war jedes Mal, glaube ich, haben sich dann, ähm, hieß es dann oder ging das Gerücht dann immer rum, wenn du die Disco da hattest, ähm, ja, die, die Faschos kommen wieder, die haben sich angekündigt und es soll auf die Frasse gehen und pipapo. Und dann war das jedes Mal unten, da warst du dann im Club so ein bisschen, hast du dieses Gerücht gehört, wolltest du gar nicht nach oben gehen als kleiner Stift. Und, ähm, ja, also im Vergleich als kleiner Stiftner, also 14 Jahre, was sollst du da oben dann, äh, ausrichten? Und, ähm, teilweise war es auch wirklich so, dass da welche gekommen sind, dass wir dann, ähm, an diesem Bunker, so hieß diese, diese Lokalität, ähm, dass wir dann dort, ähm, ja, Polizeiwache und alles sowas hatten. Also da waren dann schon Streifenwagen und alles dabei. Unten hat die Party getobt, oben haben sie sich geprügelt. Und zur Jugendweihe, um mal wieder zur Jugendweihe zurückzukommen, war das halt so. Und das war so eine Story, die habe ich total verdrängt irgendwie. Ähm, da war man natürlich auch, da war auch zu diesem, zur Jugendweihe war natürlich eine Party da unten. Und wir sind dann so ein bisschen angetrunken, ähm, durch die, durch die Stadt gegangen, so Richtung Heimat. Und da kam dann wirklich, äh, so eine Truppe Faschos auf uns zu. Und die haben dann auch die, die, sich, ähm, ja, über die ganze Straße verbreitet. Und quasi so, dass sie uns, uns fangen können. Und, ähm, da hatte halt die, äh, meine beste Freundin hat dann gesagt, okay, hier bis hierhin und nicht weiter. Auf, zurück. Nehm die Beine in die Hand. Und der Stief, natürlich, äh, blau wie er ist. Ach, die machen nichts. Da kommen wir schon durch. Und, ähm, da hat sie mir wirklich so erzählt. Ich wusste nicht, ich kannte diese Szene gar nicht mehr. Und, ähm, ähm, da hat sie mir dann wirklich gesagt, dass ich da durchrennen wollte. Und sie mich dann überredet hat. Und dann sind wir wirklich gerannt. Und, ähm, wir sind dann wirklich losgerannt, als der Erste auf uns zugestürmt kam. Und ich hab das so ein bisschen, ähm, verdrängt. Und ich glaube, dass das so ein, so ein, so ein Punkt gewesen ist. Ähm, ja, das hat wirklich die damalige Zeit so ein bisschen wie wir gespielt. Es waren schon aufregende Zeiten, ne? Und, ähm, diese, diese, diese Szenen, die sich da etabliert haben in den Dörfern, das hat sich ja bis heute gehalten, so ein bisschen, glaube ich. Also, dass du weißt, okay, wenn du in die Region bist, dann bist du da eher so bei den Rechtsangesiedelten. Und wenn du da bist, bist du eher bei den Linksangesiedelten. Ja, das war alles ziemlich, ziemlich aufregend. Und ich glaube, ich quatschte dich gerade hier tot, oder? Ach, nee, das ist doch mal interessant zu hören, so was damals abging. Ja, also ich weiß nicht, ob das nur bei uns gewesen ist oder so. Aber ich fand, das, ähm, war schon echt, echt, äh, krass. Und teilweise auch, ich bin ja dann irgendwann auch, ähm, erwachsen geworden. Und beziehungsweise hatte dann meinen Motorradführerschein und sowas. Und mit dem Motorradführerschein bist du natürlich dann Flügge geworden. Und bist dann noch, ähm, in, in, in andere Regionen der Welt gefahren. Und da war auch so eine Situation ebenso das Gleiche. Also ich war damals so ein, ich war schon immer neutral, ich war weder links noch rechts. War mir alles scheißegal. Ich bin damals maximal als Satanist rumgerannt, aber das ist eine andere Story. Ähm, ich hatte so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ja, heute sagt man Dönertuch. Oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, so ein, so ein schwarz, 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 schwarz-weiß kariertes Tuch. Und, ähm, das habe ich damals getragen. Einfach nur aus, aus praktischen Gründen. Das hatte, äh, keine, äh, keinen Ausdruck für meine Gesinnung. Und, ähm, da bin ich halt damals mit einem Kumpel, ähm, der zwar auch, sage ich mal, ähm, in, in Richtung rechts schlug. Allerdings nicht radikal war und, und, und auch nicht so ein, so, so, so absolut skinhead und, und absolut, ähm, auf, auf rechts getrimmt und alle, alle Ausländer verprügeln und alles so was war. Sondern der hatte seine, der hatte seine Meinung, der hatte seine, ähm, wie sollst du sagen, ähm, seine Gründe, warum er so denkt, wie er denkt. Oder warum er teilweise Ansätze dazu hat. Also er war nicht, wie gesagt, komplett radikal. Er hatte halt nur seine begründeten Ansätze, die logisch hergeleitet waren. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls mit dem hatte ich, äh, damals viel zu tun, weil er halt auch in meinem Dorf war, in meiner Klasse war und mit dem ich mich dann auch gestern getroffen hatte. Ähm, absolut schlauer Mann, der sich viel für Historie, für Geschichte und auch für, ähm, für Politik interessiert hatte. Und deswegen, wie gesagt, da so ein bisschen, äh, seine eigene Meinung sich gebildet hat. Aber nicht radikalerweise. Mit dem ich dann dann los und der hatte halt in diesen Kreisen, kannte er Leute und da sind wir auf eine Party gegangen. Und ich hab vergessen, das heißt vergessen, ich hab einfach mit keiner Silbe dran gedacht, du hast dieses Dönertuch noch um. Und, ähm, war dann quasi auf einer Party, äh, von Rechten. Und, äh, das hat wirklich, es hat genau zehn Minuten gedauert, äh, als, äh, bevor er, oder bis denn die so langsam auf mich zukamen und, ähm, er dann die Leute von mir abhalten musste. Ähm, das war, war dumm auf der einen Seite und dann hab ich mich da so ein bisschen in die Ecke gesetzt so und er hat dann mit denen diskutiert. Und ich wusste gar nicht, was los war so richtig, weil ich es irgendwie nicht begriffen hab. War, damals war ich naiv, hatte wirklich, wie gesagt, mit den Zehen links, rechts, war mir alles scheißegal, hatte nichts am Hut, hat mich auch nicht interessiert. Und bis dann irgendein, ich saß neben einem Typen, der auch rechts war, er guckt mich so an und hat mir dann gedacht, pass mal auf, äh, ein guter Tipp, du solltest dein Tuch abtun. Und, ähm, in dem Moment hat's Klick gemacht. Das heißt, ich dann so, ähm, ja, Tuch wirklich erstmal abgemacht, versteckt und, äh, dann war die Sache so ein bisschen beruhigt. Allerdings der eine, der dann so auf mich losgehen wollte, ähm, der war immer noch wenig amused darüber und ich glaub, es war auch seine Geburtstagsparty, weiß jetzt nicht genau. Jedenfalls, ähm, ja, wollte der mir permanent dann aufs Fressbrett hauen und, ähm, wie sagt er, also der, der Tobias da, der hat mir dann mehr oder weniger dann wahrscheinlich auch ein bisschen in den Leben gerettet oder so, dass ich so ein bisschen mein Augenlicht behalte oder weil ich eine Hand behalten habe, wie sie mir sonst abgetrennt hätten oder so, keine Ahnung. Aber das war schon richtig krass. Das ist schon hart. Jaja, das realisiert man auch in dem Moment gar nicht und ich hab mich auch weiter gar nicht drüber, ähm, ja, geäußert oder weiter drüber nachgedacht damals zu der Zeit. Ich sollte jetzt lieber gehen. Jaja, wir sind dann, wir sind dann wirklich gegangen und, äh, die sind dann, ähm, ja, ich glaub wirklich 15 Minuten war ich dann da und, ähm, hat sich dann alles erledigt. Ich hatte dann schnell auf mein Motorrad geschwungen und dann sind wir weiter in der nächste Disco gedüst, wo alles noch heile war, wo die Welt noch heile war, wo es keine Rechten und Linken gab. Ähm, wo ich dann auch später angefangen hab zu, ähm, ja, jobben und, äh, die Thekenschlampe gemacht hat oder die Saftschubse gespielt habe, eins von beiden. Und, ähm, ja, das waren halt wirklich bewegte Zeiten und, ganz ehrlich, das waren Erfahrungen, die möchte ich auch nicht missen, auch wenn sie noch zu dramatisch waren und jetzt im Nachhinein betrachtet auch wirklich gefährlich, wenn du mal so überlegst, ne. Bist dann da auf einer Party, wo 50 Leute sind, alle rechtsgesinnt und du kommst da rein mit so einem Tuch und, äh, präsentierst dich quasi als, naja, linksgesinnt, der maybe eigentlich, ähm, was ja im Grunde nicht gestimmt hat, sondern einfach nur, ähm, ja, weil du einfach nur Klamotten so getragen hast. Ja, war ja eigentlich nicht deine Schuld in dem Moment, also war schon irgendwie deine Schuld, aber du hast es nur nicht so ganz realisiert. Ja, ist es halt eigentlich immer noch so, dass hier bestimmte, ähm, Klamottenstile, Klamottenausrichtungen, ähm, bestimmten Szenen zugeschrieben werden? Ich glaub, Lonstale oder sowas, ist die immer noch so rechtsgedüns? Ich kenn mich da gar nicht aus. Ich hab da auch gar keinen Plan, ich trag das, worauf ich Bock hab und was mir gefällt und, äh, ich glaub, das geht anderen auch so, aber ich, also wenn jetzt jemand auf mich zukommt mit, was weiß ich, Springerstiefeln und Lederjacke und Schlagring oder so irgendwas. Ja. Dann, äh, begegne ich dem zwar etwas mit Vorsicht, aber, äh, ja, es ist meiner Meinung nach, mir, also mir ist dann scheißegal in dem Moment, was der, was der hier... Ja gut, aber, ähm, ich sag mal, diese, diese, diese Geschichten, das sind ja dann meist so die, also wirklich, wenn ich jetzt jetzt, wie gesagt, ich bin Laie in dem Gebiet, ich kenn mich da nicht wirklich hundertprozentig aus, aber ich glaub, dass diese, ähm, dass, wie du grad sagtest, mit Lederjacke und mit Springerstiefeln, jetzt sind, glaub ich, die, die extremen, die, die, die Radikalen in dieser Geschichte. Aber es gibt ja eigentlich auch bloß, um die rechte Gesinnung auszudrücken, glaub ich, Lonsdale war das damals und, ähm, es gab noch andere, ähm, Marken, die wirklich von, von Rechtsgesinnten, ja, müssen ja nicht immer Radikale sein, sondern von Rechtsgesinnten getragen werden, um halt da so ein bisschen Ausdruck zu verleihen und, ähm, das ist halt das Problem, wenn du sagst, ähm, ich trag das, was mir gefällt, weil es schön aussieht und dann schnappst du dir halt so ein Lonsdale-T-Shirt, weil es dir halt gefällt, äh, weil der Aufdruck, das Logo dir gefällt oder wie auch immer und bummst, wirst du in eine Ecke geschoben von denen, der sich da auskennt oder denen, der zumindest versucht, dieses, ähm, dieses Zeichen, ähm, zu deuten, was von dir natürlich so nicht beabsichtigt wurde, aber, äh, von der, von der, von der Gegenseite quasi so wahrgenommen wird. Ja. Finde ich schon ein bisschen, eigentlich auch gefährlich, wenn du so willst, war, kennst dich da nicht mit aus, ziehst du so ein Ding an von, äh, äh, weiß ich nicht, Marke XY und schon kriegst du eins aufs Fressbrett von irgendwelcher Gruppen, von irgendwelchen Gruppen. Ja. Ja, aber wie gesagt. Du bekommst dich teilweise auf sehr dünnes Eis. Ja, finde ich, finde ich eigentlich schon krass, ja, dass man aufgrund dessen so verurteilt würde, aber ich, ich glaube, das mal, wie gesagt, damals war ich sowieso da nicht so, so hinterher und, ähm, war, glaube ich, eher so Richtung, äh, darke Mächte, also dunkle Mächte unterwegs. Und, ähm, hab mich da so anderen Geschichten gewidmet, bis ich ein Buch gelesen habe. Ähm, es war ein Buch über einen, über einen, ähm, ja, über einen, der ausgestiegen ist aus der, aus der, gibt's eine radikale Satan-Szene, keine Ahnung, aber für, für Extremisten auf jeden Fall, ähm, in dieser Szene, der ausgestiegen ist, wo ich dann auch dachte, alter Fall, der, normal ist das nicht. Und, ähm, ich glaube, dann, das war so der Punkt, ähm, nach dem Buch bin ich dann wirklich, ähm, weil es mich interessiert hat, hab ich halt Bücher gesucht und das Buch hab ich gelesen und das hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet und finde ich auch krass. Und dann hab ich mich auch, ähm, in meinem Äußeren quasi so ein bisschen überdacht. Und, ähm, die Haare dann wieder normal, äh, geschnippelt, nicht mehr lang, nicht mehr schwarz. Die, die, die Pentagramm-Shirts quasi in den, äh, hintersten Ecken des Schrankes dann liegen lassen. Und, ähm, das war dann so. Hattest du wirklich mal so richtig lange Haare? Ich hatte, na, richtig lang nicht. Also, die waren nicht lang, die waren halt, ja, bis zu, bis zu den Schultern gingen die auch nicht. Also, ne, ein bisschen kürzer, also über der Ohren gingen sie auf jeden Fall. War nicht besonders lang, aber halt dieser typische Schnitt damals unten drunter wegrasiert und umdruf lang, weißt du? Ja. Das war halt damals so in und das hatte ich auch getragen und dann halt schwarz-blau gefärbt, bis ich dann irgendwann Radikalkur, ähm, wirklich Radikalkur, ähm, von, von, von schwarz-blau dann auf, auf, auf wirklich strohblond. Das war die, die sich bei Blondierungen und, und, und Bleichen auskennt. Das war wirklich eine neunprozentige Mischung und, ähm, teilweise auch anfänglich dann auch mit zwölf Prozent, weil wirklich knallweiß war. Also, das war richtig heftig. Aber gut, wir sind schon wieder am Ende der Folge und ich, ähm, muss mich entschuldigen, Rocke. Ich glaube, du bist dieser Folge nicht so viel zu, zu Wort gekommen. Oh. Da ist der Stinker wieder mal in einen Redeschwall, äh, gefallen und, ähm, vielleicht war es ja auch interessant für, für dich und, ähm, ja, war halt ein, Einblick mal wieder in die Geschichte vom Stinker. Und, ähm, ich danke auf jeden Fall, dass du trotzdem mit dabei gewesen bist, tapfer dabei gewesen bist. Wir werden uns sicherlich noch öfter hören. Also, wie gesagt, es geht ja, die, die Quest, die POI-Quest, die kommen wird, da wird's, äh, mindestens drei Stunden zu Saddeln geben. Und, ähm, da, da kommst du dann auch zu Wort. Verspreche ich dir. Oh je, oh je, da wird ja was. Jawohl, ja. Ich sage schon mal, danke fürs Einschalten, äh, danke fürs Dazuschauen. Wir sind übrigens Level 63 gleich. Und, ähm, wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes handengehe. Wahrscheinlich gehe ich mal wieder in die Tomp, weil wir lange nicht in der Tomp waren. Hier kam gerade einer an, hat ein bisschen Scheiß gelurrt, aber der reicht mir quasi, um mein Level abzumachen. Ähm, wir sehen uns ja, gewohnte Stelle. Rockel, du hast jetzt wahrscheinlich mit deinem Terraria LP noch ein bisschen was zu tun. Ich hab, äh, mit meinem Terraria LP noch genau das zu tun, dass ich die letzten Folgen, die wir gestern aufgenommen haben, rendere. Ach, warte, ist beendet? Ja. Ach, das ist ja toll. Hast du wieder ein bisschen mehr Luft. Ja, dann kommt jetzt demnächst Batman. Level 63, toll. Äh, kleine Frage, kommt die, kommt die Folge hier morgen? Die kommt morgen. Dann, äh, guck doch mal auf meinem Livestream-Channel vorbei. Vielleicht ist ja noch, äh, was los da. Denn, äh, wir streamen gerade live eventuell. Das ist richtig. Korrekt. 15 Uhr haben wir angefangen, mal gucken, ob wir drei Stunden durchhalten. Ich bin gespannt, ob das, oder was das überhaupt wird. Das wird, wie gesagt, kontrolliertes Chaos auf dem, äh, Kanal von der Rockkartoffel. Ähm, twitch.tv-rockkartoffel-LP, ne? Genau. Zauberhaft. In diesem Sinne, ich sag, Dankeschön. Dankeschön an dich, Rockel. Wir sehen uns, äh, demnächst wieder in diesem Kino. Und, äh, ja, tschüss und bis dann. Tschüss. Tschüss.